Ich sollte mir vermaledeit für meinen Wortschatz angewöhnen. Ich denke, das würde mein Leben bereichern. Das bringt Daily Runs. Nicht halt zu viel. Aktuell gibt es für mich noch, wenn ich 31 gemacht habe, ein Item freizuschalten. Scheibenkleister ist zu viel für mich, das ist nicht gut. Herrschaftszeiten. Das ist auch gut. Und Tainted Lilith the Beast, meintet ihr? Dann würde ich sagen, es ist Zeit für Tainted Lilith the Beast. Damit haben wir Tainted Lilith fast fertig. Aber es ist ein guter Charakter. Was soll ich sagen? Was soll ich denn machen? Wenn ich direkt mit Dark Bum starte, soll ich sagen, nein, den will ich nicht. Ich würde lieber die ganz roten Herzen liegen lassen, die wir im Laufe des Runs bekommen werden. Natürlich muss ich den mitnehmen. Tainted Lilith the Beast also, yeah. Danach fehlt uns mit Tainted Lilith nicht mal allzu viel. Ich denke, dass Tainted Lilith halt wirklich so mit einer der stärksten Charaktere aus dem Spiel ist. Deswegen habe ich auch schon fast alles geschafft. Außer von Strider. Äh, frischer Sub. Liebe, lieben Dank. Komm schon, rote Herzen. Wo sind die rote Herzen? Wo bleiben sie? Also eigentlich das andere Item im Goldraum. Ich glaube, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe so schnell beschlossen, dass ich Dark Bum mitnehmen will. Auch wenn er genervt wurde. Ich weiß, ich weiß. Ich habe davon gehört. Uh. Danke, Dark Bum. Auch wenn du damit nichts zu tun hast, aber danke. Was ist das für ein Stepan-Tier-Kampf? War das eine Verschwendung meiner Bomben? Vermutlich. Oh, warte. Wir gehen zu The Beast. Ich sollte Goldräume auslassen. Pass mal auf, was wir... Dankeschön. Pass mal auf, was wir jetzt machen. Wir gehen hier rein. Das ist nämlich eine Sache, die... Wir haben es in einem der letzten Runs schon mal gesehen. Jemand hat das in den Kommentaren angemerkt. Die Sache ist nämlich, wenn man bei den anderen Ebenen, wo man zwei Goldräume hat. XL. Das gefällt mir dann doch nicht so sehr. Wir werden einen auf jeden Fall trotzdem auslassen. Wir werden beide auslassen, wisst ihr was? Die Sache ist nämlich, auf dem Rückweg... Äh, sieht man beide der Items hier. Das bedeutet, das ist eigentlich eine ziemlich gute... Uh, ich kann zwei Bosskämpfe machen. Oh, das ist so gut. Es ist also eine gute Idee, die zum einen mitzunehmen und zum anderen dann beide auszulassen, weil man dann die Wahl zwischen den beiden Items hat, ohne dass eins verschleiert ist. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen vorankommen, ohne zu sterben, aber... Wie kommen wir hin? So wie ich jemals Probleme damit hatte, zu überleben. Komm schon. Tent and Lilith abschließen heute? Nein. Ich will Tent and Lilith noch nicht abschließen. Das ist nämlich noch ein Charakter, der, äh... Irgendwann, wenn ich mich durch, äh... Irgendwelche Shit-Charaktere kämpfe, wäre ich froh, dass ich mit Tent and Lilith noch was machen kann. Ich schalte aber trotzdem, dass, äh, eine gute Itempreise ich vorhin im, äh, Daily Run bekommen habe. So, den Goldraum werden wir ebenfalls auslassen. So viele XL-Räume. Schau dich diese gewaltige Ebene an. Wir sind zwei nebeneinander, aber... Sieht trotzdem groß aus. Ich habe hier gerade keinen Schaden genommen. Wisst ihr was? Ich akzeptiere es. Warte, was soll dieser Raum? Hätte ich die Kisten verschieben können? Wann hat es solche Sprengkisten, die man verschieben kann? Ja, okay. Wollte ich gerade sagen. Was soll man hier im Raum sonst machen, wenn man keine Bombe hat? Einfach die Sprengen laufen. Ah, gut. Dann habe ich die, äh... Kisten falsch gesehen. Warum habe ich sie überhaupt in die Luft gesprengt? Was habe ich erwartet, was passieren wird? Habe ich schon irgendeinen Tainted-Charakter abgeschlossen? Ich glaube nicht. Ähm, mir fehlt mit Tainted, äh... Azazel noch, ähm... Delirium. Ich glaube ansonsten habe ich alles mit Tainted Azazel. Aber ja, noch, äh... Keine abgeschlossen. Das werden wir irgendwann noch ändern. Irgendwann. Ich meinte, Tainted Lilith wäre einfach abzuschließen, aber... Wie gesagt, ich muss mir auch noch ein bisschen was für schlechte Zeiten aufheben. Ist man Softlock, wenn man die Fester falsch explodieren lässt? Nein, du kannst auch einfach über die Stache laufen. Also, du bist nicht Softlock, du wirst doch Schaden nehmen. An dem Punkt wäre ich lieber gesoftlockt, ehrlich gesagt. Ach, Gott. Was für ein bisschen zu stärker, wo die Menschen in der Hand gehen. Ich hasse den Wurmi. Diese Arena ist ein Problem gerade. Okay. Alles gut. Alles gut. Warum immer I'm excited? Ist heute Wurmi-Tag oder so? Das Gefühl, der ist ziemlich einfach mit der Geilu zu besiegen. Speed-Up ist gut. Speed-Up ist gut. Ähm. Wir schauen rein. Wir gehen wieder. Warum hat Gappi Spore drei Soul Hearts gekostet? Setz damit auf sich. Ich mein... Hä? Ist doch ein Item, das nur ein rotes Herz kostet, oder nicht? Vor allem habe ich ja zwei rote Herzen. Ist immer unterschiedlich. Ich sehe schon. Das war ein absoluter Halsabschneider, Devil Deal. Uh. Das ist ganz nett. Ich denke, damit kann man noch was anfangen. Ein gutes Duplop hier. Jo, apropos. Es ist ein okay, es ist apropos. Keine Sorge, Frogger. Auf jeden Fall. Ähm. Was ich gesehen habe, es gibt so ein Horizons Set von Lego, das rauskommt oder schon draußen ist. Tent Lilith sieht super cool aus, als der Lost aus irgendwelchen Gründen. Ähm. Das ist von diesem komischen, von dem, äh, von dem Langhals. Der die Karte aufdeckt in Teil 1. Der kommt irgendwie als Lego Set raus, was ganz cool ist. Ich werde es mir nicht kaufen, weil es eine der uncoolen Maschinen ist, aber... Ich dachte mir, das ist ganz cool. Beauty Lilith. Yeah. Wenn ich gerade ihr, äh, Bauch auf mir ist, ist sie, äh, eine wahre Hübsche. Eine wahre Hübsche. Ich wollte sagen, eine Schönheit. Fuck, nein! Nein, 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 nein. Nein! Ich habe nicht aufgepasst. Fuck! Fuck! Ich habe nicht aufgepasst. Ich war so sehr damit beschäftigt, zu sagen, dass Tent Lilith eine Geile ist. Ich wusste nicht mehr, was um mich herum geschieht. Das war kein Reset. Ich bin ehrenhaft gestorben. Okay. Ich habe gerade mehr Geld rausbekommen, als ich hätte rausbekommen sollen. Das ist okay. Hungry Tears sind ein lustiges Item. Soll ich euch mal einen Witz erzählen? Hungry Tears. Das ist ziemlich lustig. Ah! Oh Gott. Okay, wir gehen mal schön weiter. Oh mein fucking Gott. Das ist eine Ebene. Wie in der guten alten Zeit. Von... Na, Afterward Flush schätze ich. Was die beste alte Zeit war. Zumal! Dankeschön. Wollte ich jetzt sagen, will die eine Spinne jetzt auch noch sterben, irgendwann? Supper. Gehen wir weiter. Was muss ich tun für den Tainted Rock, äh, für den Tinted Rock Emote? Äh, das ist ein Follower Emote. Das heißt, eigentlich sollte den, äh, jeder haben, soweit. Afterward Plus war die schlechteste Erweiterung, TBH. Ich denke, das ist ein Punkt, dem, äh, jeder zustimmen würde. Vor allem, sie haben halt nichts Interessantes Neues dazu gebracht. Äh, äh, das neue Ending, welches man anstimmen kann, war fucking Delirium und, äh, Greedia. Und Greedia ist eine neue Phase von einem Bosskampf und, äh, die Ebene von Delirium ist halt auch super belanglos. Ich würde sagen, da war ein Tainted Rock. Apollyon fand ich super, ich meine... Lass mich, lass mich gar nicht... Hier ist kein Tainted Rock. Lass mich gar nicht erst nochmal damit anfangen, zu meinem, äh... Zumal in dem The Void-Take, aber... Apollyon ist keine meiner Lieblings-Charaktere. Ich denke, er ist ja wahrscheinlich ein belangloses Charakter im ganzen Spiel. Äh... Nein, Goldraum auslassen, wichtig. Der Goldraum wird ausgelassen. Ah, hiervon will ich nichts. Boah, ich hatte so gute Items im Run davor. Und dann hatte... War ich mit, äh, Diplopia noch bereiter... Weiter zu gehen. Oh, das wäre... Ich hätte so viel gutes Zeug holen können. Aber okay. Justice. Natürlich ist es wieder er. Versuchen wir nicht zu sehr in der Vergangenheit zu leben. Gehen wir in die Zukunft. Oh, oh. In die Zukunft des Gamings. Äh... Den werden wir skippen. Machen wir einen Skipper. Und dann, äh... Ich glaube, ich würde noch gerne den Secret Room mitnehmen. Versuchen irgendwelche, äh... Publisher noch, äh, NFTs zu pushen an dem Punkt. Oder, äh, haben sie zwischen aufgegeben, weil, äh, es echt immer einen gewaltigen Shitstorm gibt. Und, äh, es sich herausstellt, dass... Echt gar nicht mal so viele Leute tatsächlich interessiert daran sind. Aber hauptsächlich, weil es, äh, unglaublich schlechte, äh, Presse gibt. Mein Favorit war, dass, äh, Team 17 haben, äh, NFTs auch angekündigt. Also, das sind die, die, äh... Was machen sie? Ich meine, sie machen Worms. Und ansonsten üblicherweise... Ich glaube, ansonsten publishen sie, äh, nur Spiele. Aber sie publishen auch relativ vieles. Und... Super viele Developer, die, äh, von Team 17 ihr Spiel haben published und lassen dann nur auf Twitter angemerkt. Ja, okay. Nein, wir, wir, wir werden, wir werden es nicht unterstützen. Wir werden nicht mehr mit Team 17 zusammenarbeiten oder so. Und es hat nicht mal 24 Stunden gedauert. Dann haben, äh, Team 17 auch angemerkt. Oh ja, wir werden, wir werden es übrigens doch nicht machen. Hehehehe. Ah, es wird kurzweiliger. Es wird alles kurzweiliger. Au! Au! Äh, oh Gott, bei Ubisoft war auch die super Begründung. Äh, warum es schlecht ankommt, ist irgendwie... Gamer verstehen es einfach nicht. Yo, der Skeleton Key. Die Begründung, dass sie es einfach nicht verstehen. Sie wissen, sie sind einfach zu dumm, um zu wissen, dass sie es lieben sollten. Wo ist das denn, was einmal der Leech drin sein kann? Tatsächlich nicht. Hätte ich mal Lust, Hades zu spielen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass ich mal den Spielstand von Hades im Stream anfangen will. Ehrlich gesagt. Das ist eine Sache, die ich irgendwann noch machen will. Äh, ich habe Hades... ...bisschen gespielt. Ich habe einen ganzen Run zu Ende bekommen. Äh, ich mochte das Spiel an sich. Aber ja, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist ein spaßiges Spiel. Aber wenn ich wünsche, dass es mehr Bosse hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. Oh. Nee, ich hätte den Goldraum. Ace of Diamonds? Das war nicht so viel. Ich glaube, ich habe es einmal geschafft, Run zu werden. Ja, ich war öfter... Ich war danach noch oft bei Hades, aber... Der ist schwer. Schwer zu besiegen. Aber ja, äh, Hades und Dead Cells sind so die beiden Roguelikes, die ich, ähm... ...abseits von Videos und Streams, äh, gespielt habe. Kann mir so durchaus vorstellen, auch mal im, äh... Ich meine, ich habe einen Stream zu Dead Cells mal gemacht, aber... Ich habe zwar nur einer. Ah, das war dann mit dieser, ähm... ...Twitch-Integration, aber das ist ja auch mehr ein Gimmick als, äh, tatsächliche Runs davon. Vielleicht werden wir heute übrigens noch, äh, ein bisschen, äh... ...Lorita weiterspielen. War ziemlich cool, TBH. Es ist, es ist eine spaßige Sache. Ich würde es noch nicht zu oft machen, weil ich das Gefühl habe, dass es sehr schnell alt wird, aber... Aber in sich ist die Integration ganz spaßig. Dead Cells ist mir zu scripted. Inwiefern? Äh... Ah, Secret Troopem habe ich schon. Was mich bei Dead Cells, äh, was mich stört, ist das gleiche wie auch bei Hades, dass man immer, ähm... Dass man halt immer nur die gleichen Bosse hat und dass es nicht wirklich... ...random ist, wo man rauskommt. So sind sehr viel Nervenkitzel raus. Was bei Isaac immer ganz cool ist, weil man nicht weiß, welche Bosse man, äh, bekommt... ...und auf welcher Ebene man genau landet und es generell viele verschiedene Wege gibt. Oh, und Dead Cells, äh, was... genau, was bei mir dann die Langzeitmotivation verloren hat. Ich denke, Dead Cells war unfassbar gut vom, äh... ...vom, äh, Flow her im Spiel, wenn man erstmal so weit ist, dass man auch, äh, darauf geht, dass man... Ich glaube, es war, wenn man eine Ebene in weniger als 90 Sekunden schafft. Dass man dann so extra Items bekommt und sowas. Ich denke, das war super cool, wenn man darauf dann geht und sowas. Ähm... Das Problem ist nur... ...die höheren Schwierigkeitsgrade. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. So, wo will ich hingehen? Na, wir gehen in die Reguläre Ebene. Die höheren Schwierigkeitsgrade. Huch. Ja, wir kommen zum, äh. Challenges waren super spaßig. Was waren die Challenges? Ich glaube, ich will... Äh, die Sachen mit der Cells ist aber auch, dass ich... Ich habe die DLCs nie gespielt. Das heißt, da gibt es durchaus noch ein bisschen was für mich zu sehen. Hast du Repentance Hardmode auch gesagt? Ja, aber... Bei Repentance Hardmode tun mir nicht die Finger weh, nachdem ich in den Boss gekämpft habe. Weil ich so viel hin und her drücken muss. Da ist ein Unterschied, okay? Vor allem war ich bei der Cells auch irgendwie nur bei dem ersten höheren Schwierigkeitsgrade oder so. Es gibt auch fünf. Das heißt, dieses Spiel... Huiuiuiuiui... Das wird schwer. Ich weiß nicht, ob ich jemals bereit sein werde, mich diesem Schwierigkeitsgrad zu stellen. Ich weiß nicht, ob ich Gamer genug bin dafür. Es gibt super viel, wo man noch höher gehen kann vom Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber... Ich glaube, es waren mindestens drei, die man höher gehen kann. Hades mit Hörer Hiet ist super fun. Oh ja, damit habe ich mich auch nur bedingt auseinandergesetzt. Weil ich schon generell Probleme hatte, Hades öfters einmal zu besiegen. Ja, fünf Warns, okay. Aber ja, es ist schwer. Ja, die hat Megi abgeschlossen. Ja, Glückwunsch. Komm schon. Komm schon. Nein. Das war eine Zeit so schall, dass man nur mit fünf PC das True Ending kriegen kann. Die Lust gehabt über BC war... Das war dieses Schwierigkeitsgrad-Zeug, nehme ich an. Ich bin jetzt ein bisschen näher, ich weiß nicht mehr ganz, wie es heißt. Aber ja. Das Problem war, glaube ich, dass... Der erste Schwierigkeitsgrad war für mich zu leicht. Und der zweite zu schwer. Das heißt, ich hatte die Wahl zwischen zu leicht und zu schwer irgendwie. Und dann gibt es natürlich noch vier, die höher sind, die sowieso alle zu schwer für mich sind. Oh, Boss-Cells sind das, okay. Okay. Ich sollte mir die DLCs auf jeden Fall mal anschauen. Das heißt, es hat halt einfach so einen guten Flow in dem Spiel, wenn man richtig drin ist. Wenn man dann auch durch die Türen durchtritt. Und ich glaube, auf dem Boden irgendwie kann man durch irgendwelche Bodenbretter brechen und sowas. Und dann immer einen kleinen Speedboost bekommt. Das heißt, es hat sich... Dead Cells fühlt sich halt wirklich unglaublich gut an zu spielen. Ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall... Das ist ein schlecht dummer Vergleich, aber... Vom Spielgefühl her liegt es Welten über Hades. Vom Schwierigkeitsgrad her vermutlich auch. Ich hätte übrigens nichts dagegen, wenn sie mal ein Hades DLC bringen würden. Aber irgendwie kommt das nicht. Ich glaube, bei irgendeiner Direct oder so haben sie... Ich glaube, da haben sie jetzt mal Hades kam vor, weil es für die Switch kam. Weil warum sollte es sonst vorkommen? Und ich dachte mir, oh mein Gott. Ist das das DLC? Aber es war nur ein Port. Dann dachte ich mir, oh... Jetzt ist das super Movement, aber ja, wie du meinst, nach zwei Bosszeilen wird es absurd schwer. Yeah. Vor allem halten die Bosse dann irgendwie auch super viel aus. War das nicht auch eine Sache? Das ist doch eine Sache, wo mich Spiele sehr schnell verlieren, wenn einfach irgendwas... Wenn Bosse so einfach viel zu viel aushalten. Uh, Homing Bombs. Nicht verkehrt. Danke, Bobby Bom. Wolltest du den Goldtrap nicht auslassen? Ich habe die zwei in den DLC-Ebenen ausgelassen. Das heißt, wir sind aktuell bei einer Planetarium-Chance von 41%. An dem Punkt gibt es keinen Grund mehr, noch mehr für mich auszulassen. Habe ich Neon Abyss gespielt? Nein. Neon Abyss ist, glaube ich, im Game Pass. Aber ja, will ich mir auch auf jeden Fall noch anschauen. Das ist immer so das Problem. Es gibt so viele Roguelikes. Vor allem, ich habe... Ich habe auch, ähm... Oh Gott, warte. Wie war... Oh, nein. Slider Spire habe ich zum Beispiel auch nie gespielt. Ich habe so viele Roguelikes nie gespielt. Es gibt... Es gibt so viele. Das ist das Problem. So oft, dass ich genug Schlüsse für das Planetarium habe. Es könnte knapp werden. Aber ja, Slider Spire ist, äh... Ich habe nur von allen Leuten immer Gutes darüber gehört. Ich wollte es mir an sich ursprünglich nicht anschauen, weil... Uh... Dann wiederum... Es ist Repentance Cancer. Nehmen wir trotzdem mit. Das ist besser als der Lippenstift. Ähm... Genau, äh... Ich wollte nur direkt... Ich wollte nicht unbedingt reinschauen, weil... Ich weiß nicht. Dieses, äh... Trading Card Roguelike... Sieht an sich erstmal nicht nach einer Sache aus, die mir gefallen würde. Aber... Alle Leute mögen es, also... Sollte es wohl ganz nett sein. Oh mein Gott! Ich finde den Secret Room nicht. Vielleicht finde ich den Super Secret Room. Cancer musste genervt werden, da goldene Trinkets mit doppelten Effekten existieren. Für was stellt man eigentlich goldene Trinkets frei? Außerdem von Moonin91, ein frischer Sub. Wie, wie lieben Dank. Weil ich hab den Boss auch gar nicht gemacht hier. Tainted Jacob. Die verbotene Frucht. Der Tainted Character, den ich nicht freigeschaltet hab. Uh... Schick. Äh... Ich glaub, ich bräuchte generell aber ein Damage ab von irgendwoher. Haben wir ab. Ich glaub, ich würd gern den, äh... Judgment zum Auszahlen bekommen. Mega Sata mit Tainted Jacob. Tainted Jacob ist kein Charakter, auf den ich mich, äh... freue. Ich mein, ich weiß nicht, was... Was er, äh... macht oder sowas, aber... Ich weiß, dass alle Leute ihn hassen. Ich weiß, dass alle ihn hassen. Sind nicht alle Dinge, die man mit, ähm... Jacob und Ethan und sowas freischaltet? Ziemlich gut, beziehungsweise super viele davon. Ich mein, Rock Bottom. Äh... Ist ja auch ein Item, das, äh... Leute sehr mögen, wie ich gelernt hab. Vielleicht mögen sie es etwas zu sehr. Aber das ist okay. Tainted Jacob war vor dem Patch fast unspielbar. Ich find Tainted Jacob sehr spaßig. Okay, wisst ihr was? Wenn ein paar Leute sagen, dass, äh... Sie Tainted Jacob mehr mögen. Das ist okay. Oh, XL? Was soll das denn jetzt? Spiel! Was soll ich denn jetzt mit dieser fucking XL-Ebene? Scheiße, sollte ich ein Trinket noch irgendwo ablegen für Inner Child. Oh, oh, warte, warte, die war, die war, die war, glaube ich, gut. Ich glaube, ich profitiere aktuell von Cancer mehr. Ehrlich gesagt. Au! Ich glaube, Cancer ist aktuell die bessere Wahl. Wir haben nämlich echt nicht viele Setups herbekommen im Laufe der Stream. Ich glaube, generell ein Damage-Abwehr, äh... Oh, noch ein goldener Schlüssel. Cool. Danke, Spiel. Hab mir schon Sorgen gemacht, dass wir die goldenen Schlüssel ausgehen. Aber ein Glück, dass wir die noch haben. High Priestess. Empress. Ich mag High Priestess mehr. Außer von, äh, Sex, Game and Rock and Roll, äh, sieben Monate, Resub. Wie viel lieben Dank. Außer von, äh, Brutzebrunf. Äh, zwei Gift-Subs. Für Green Herb, 91 und Kapi. Äh, wie viel lieben Dank auch dafür. 99 Schlüssel. Sie sind zurück. Jetzt fühlt der Skeleton-Kies ein bisschen zu stark. Habe ich jetzt Auto-Aiming-Raketen mit den Bomben? Ich meine, ich habe Bobby-Bomben und, äh, diese Raketen. Vielleicht könnte das noch interessant werden. Mit etwas Glück. Äh, Skeleton-Kie war aus dem, äh, Secret Room. Ich glaube, Skeleton-Kie kann gar nicht im Goldraum sein. Ähm, Diplopia. Würde ich sehr gerne mitnehmen. Wie auch schon in dem Run, der gestorben ist. Das heißt, wir müssen ein bisschen, äh, wir müssen ein bisschen Geld auftreiben. Sollst du mal die schlechten Chars spielen, sonst musst du gegen Ende alle hintereinander spielen. Ist mir durchaus bewusst. Äh, ich, ich habe auch, ich habe auch schon ein paar Dinge mit Shit-Chars gemacht. Es ist nicht so, als ob ich die komplett auslasse. Es gibt aber ein paar, mit denen ich wirklich, äh, nichts mache. Ich meine, es sind Tears-Up. Es gibt aktuell nur einen Charakter, mit dem ich wirklich, äh, gar nichts machen will. Und das ist Tainted Kane. Wir haben beim letzten Mal kurz, äh, den Tainted-Kain-Run versucht und... Oh. Bekommt man was, wenn man oft genug verbt? Scheinbar nicht. Ah ja, äh, Tainted Kane. Ich habe das Gefühl, da muss ich... Ich muss über den anderen Mindset rangehen, um mich mit diesem Shit-Character auseinanderzusetzen. Tainted Kane ist kein Charakter, den man einfach, äh, spontan mal eben macht. Und das macht ihm so spaßig. Was ist das Besondere an Tainted Kane? Äh. Äh, man findet keine Items oder so, sondern, äh, er hat so einen Sack, in dem er, ähm... Wenn man ein Item aufsammelt, kommen, äh, Consumables raus, also Bomben, Schlüsse und Münzen und sowas. Und man muss gewisse... Mengen von, äh, irgendwelchen, äh, Ressourcen in den Sack stecken, damit man gewisse Items bekommt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Erklärung ist, aber... Es ist wirklich anstrengend. Und es ist nicht so spaßig. Kein Planetarium, aber wir können noch eins bekommen. Ich meine, wir können auch allein auf der Ebene noch eins bekommen, oder nicht? Aber nicht dann auf der Ebene danach. Oder beseh ich was? Das Planearium. Sag mal, wie viele goldene Schlüssel kann man eigentlich in einem Run finden, in dem man Skeleton-Kick hat? Was soll... Was soll das überhaupt? Ernsthaft? Oh mein fucking Gott, hör auf, mir Schlüsse zu geben. Aber wenn man mal einen Schlüssel... Wenn man mal einen Schlüssel braucht, Da ist natürlich nirgendwo einer zu finden. Aber wenn man schon 99 Stück hat... Und den goldenen Schlüssel... Zum fünfmal nacheinander, oder so... Ja, jetzt auf! Da fehlt man immer mehr. Ich hab's sogar genau in dem Moment, als ich mich über die goldenen Schlüssel beschwert hab, Den goldenen Schlüssel gefunden. Feuerrad ist übrigens ziemlich, äh... Gut gerade. Ich mein, wenn wir auf der nächsten Ebene jetzt kein Planetarium bekommen, Mit einer 56-prozentigen Chance... Wisst ihr was? Wir können Mom direkt machen. Das weiß ich auch nicht mehr. Das hätte wahrscheinlich effizienter sein können. Aber ich hab die Probe ja gar nicht mitgenommen. Aber ist okay. Wir bekommen nämlich sowieso keinen, äh, Deal. Okay, los geht's. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Denn das ist das, worauf wir gewartet haben. Dafür waren die Schlüssel alle da. Wer haut jetzt zu schnell ab? Dann werde ich nicht begeistert sein. Das ist der Schlüssel-Run. Der ultimative Schlüssel-Run. Oh, fuck. Ich muss noch ein Trinket irgendwo ablegen. Ich hab das Gefühl, äh, es gibt keinen Grund dafür, Inner Child nicht mitzunehmen. Haben wir ein Trinket irgendwo auf der Ebene? Äh, ja, wir haben eins. Wissen wir mal, lass mich das mit dem Trinket direkt jetzt erledigen, bevor ich's vergesse. Das ist schon fast Kingdom Hearts. Irgendwann werde ich Kingdom Hearts 2 spielen. Und wenn's scheiße wird, werde ich so sauer sein. Die Leute mir für Jahre erzählen, naja, aber Teil 2 ist der gute Teil. Wenn der scheiße sein wird, dann werde ich nicht begeistert sein. Sind Deadskill mit der Mausoleumstür? Ist eine gute Frage, wir werden's rausfinden. Äh, ich glaub nicht. Deadskill funktioniert üblicherweise mit, ähm, erschreckend wenig. Mochtest du Teil 1, äh, Slash 3 von Kingdom Hearts? Ich hab nur Teil 1 hier gespielt. Und, ähm, ich mag, wie er aussieht. Ich mag an sich die Atmosphäre. Ich hasse es, wie das Spiel einen, äh, dazu zwingt, äh, jeden Weg fünfmal abzuklappern. Und, äh, wie, wie es das irgendwie als der Progression, äh, gelten lässt. Aber ich kann hier auch einfach das Trinket ablegen. Wir müssen nicht mal rausfuhlen. Ah, ich hab gehört von diesem, ähm, Isaac Plants vs. Zombie Fan Game. Au! Wahrscheinlich sollte ich's mir anschauen, aber ich weiß nicht, ob's wirklich so interessant aussah. Ehrlich gesagt. Wurde er jetzt auch nochmal nachholen, aber es war nicht mehr so spaßig wie als Kind. Ja, ich hab das Gefühl, das Spiel bricht spätestens, ähm, äh, im Dschungel in sich zusammen. Denn, oh mein fucking Gott. Aber, alle Leute bestehen darauf, dass Teil 1 auch, ich mein, ich will hoffen, dass die meisten Leute, die meisten Fans sagen würden, dass Teil 1 durchaus seine Schwächen hat. Aber, Teil 2! Das ist der magische Teil. Äh, ich denke, ich geh weiter. Tarzan Welt? Ja, die Welt mit Tarzan. Was mit Tarzan? Oh, wir, warte, wir müssen noch, uh, uh, mir fällt gerade auf, ich muss doch die Plopia kaufen. Da muss ich noch so und zum kleinen, äh, Judgment. Zum kleinen, äh, Keybagger. Was ist eigentlich jemand, der komplett vergessen? Cancer. Ist ja was? Ich werde auf, alle Cancer zu schreiben. Das ist sehr verletzend, mir, dem Streamer gegenüber. Ich meine, ich verstehe. Kannst du mal Irol Alpha ausprobieren? Äh, also von Arno, äh, 25 Euro, wieviel lieben Dank, was ist Irol Alpha? Ist das dieses Plans vs. Zombie-Dingens? Verp? Verp brauchen wir immer noch nicht. Was ist das? Ja. Wir können es uns an sich vielleicht mal anschauen. Äh, wieviel lieben Dank für die 25? Äh, Shop Diplopia. Würdest du Skull, der Hero Slayer oder Curse of the Dead Gods spielen? Ich habe absolut keine Ahnung, was irgendwas davon sein soll. Dementsprechend würde ich mich nicht drauf verlassen. Du erkennst das da unten. Diese XL-Ebene. Es gibt so viel zu bedenken und so viel mitzunehmen. Bei einer 25 Euro Nash kann man das Spiel mal anschauen. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich, äh, nicht wirklich mache. Uh. Allerdings mache ich eine Ausnahme, weil ich es mir in sich auch, äh, anschauen will. Das heißt, das ist okay. Aber üblicherweise, äh, kein Fan von sowas. Die Leute beschließen, dass sie einen, äh, Preis für, äh, RIP doppelte Kisten. Ich habe keine Jera. Oder, äh, wie willst du die Kisten verdoppeln wollen? Warum hätte ich Diplo einsetzen sollen? Hä? Das ist ein super schlechter Ort dafür. Das sind keine guten Items gewesen. Warum sollte ich Diplopia da einsetzen? Komm schon. Wo sonst? Wir haben noch, äh, drei Goldräume mit zwei, mit jeweils zwei Items vor uns. Wie, wo sonst? Zählt Gappi-Sendlich als zwei Gappi-Items? Ich glaube nicht. Aber auch dann werden wir kein drittes bekommen. Wo soll das dritte auf einmal herkommen? Oh oh. Ich habe diesen Raum gar nicht. Warum hätte ich, ernsthaft, warum hätte ich bei, äh, fucking Gappi's Head aus der Kiste Diplopia einsetzen sollen? Das gibt gar keinen Sinn. Vor allem, wenn wir noch einige Goldräume vor uns haben. Ah, ich denke, ich werde Diplopia auf dem Röpig in einem der Goldräume einsetzen. Fürs Protokoll. Auch wenn die Plopia-Kiste verdoppelt. Das war irgendwie zwei Goldäume oder so. Äh, oh Gott. Entscheidungen treffen. Wäre ein okayer Play gewesen. Ich habe die goldenen, äh, die doppelten Goldräume vergessen. Aber wir haben noch drei vor uns. Also da ist jetzt einer von den dreien. Oh, wir können warten. Oh mein Gott, das ist so ein guter Punkt. Wir warten. Wir schauen uns das auf dem Rückweg an. Es gibt absolut keinen Grund, das jetzt mitzunehmen. Äh, wir müssen übrigens in den drei Goldräume noch was ziemlich Gutes bekommen. Denn ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber äh, ich habe ein Damage-Set von 3,5. Oh, ich hätte der jetzt gerne eine Tür noch einsetzen können. Es war so viel zu tun auf der Ebene gerade eben. Mein Gott. Waren wir nicht sogar schon mal mit Tainted Lilify, äh, The Beast oder auf dem Weg dahin und es ist schon mal gescheitert, weil ich nur 3,5 Damage hatte? Bin ich mir gerade ein oder er hat mir die Situation schon mal? Ich hoffe, ich bilde es mir ein. Wobei die Raketen natürlich für den Bosskampf ziemlich hilfreich sein können. Ich sollte nicht zu viele Bomben verschwenden. Das war nicht so meine Intention. Äh, ich wollte so oder so Geld spenden, um mich auf das Spiel aufmerksam zu machen. Nein, alles gut, alles gut. Gibt nur, äh, ist nur generell immer ein bisschen, äh, der Richtung ist unangenehm, weil ich weiß, dass es viele Streamer gibt, ja, es machen das, wenn Leute, ich glaube, Fully macht das auch, ähm, dass Leute sich quasi Spiele wünschen können, das mache ich nicht. Und wenn Leute dann denken, dass sie es machen können, das ist dann immer so ein bisschen, das ist keine Sache, die ich mache. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, worum ich das anmerke, obwohl du, äh, explizit angemerkt hast, dass es nicht so gemeint war. I'm excited. Was würde ich ohne I'm excited pro Run machen? Ja, dufe Frage, wenn man die Plopia-Items verdoppelt, sind da auch die Effekte gedoppelt, also 200 Polyphemus? Ja. Äh, üblicherweise wird es, äh, werden die auch verdoppelt, was relativ interessant ist. Ähm, ich weiß, wenn man 200 Brimstone hat, dann hat man einfach einen super fetten Brimstone. Aber ja, man kann, glaube ich, nicht alle Items verdoppeln, aber schon viele. Zum Beispiel, ähm, wenn man, äh, Peepers Eye mitnimmt, das ist das Item, wo dann dieses, äh, Peep-Auge durch die Arena fliegt. Und ich glaube, äh, das linke Auge macht 33% mehr Schaden, hat man zwei von denen da und das linke Auge macht 66% mehr Schaden. Ja, warum kann ich da nicht ran? Durchaus interessant, was man damit machen kann. I'm aculate harter, zum Beispiel keine doppelte Synergy. Das ist okay, weil ich nicht mal weiß, was das ist. Hm, dafür investiere ich doch mit dem Schlüssel. Hm, nein. Ich habe überlegt, ob ich ein bisschen was investieren will und ich habe mich dagegen entschieden. Das Tomatenherz. Oh. Eine gute Leiter. Das machen wir nicht nochmal. Das hat schon mal einen Run gekillt, letztens. Weil ich nicht wusste, dass es, äh, einen random, äh, Würfe-Effekt gibt. Das machen wir nicht nochmal. Die Lektion habe ich gelernt. Sacred Heart oder, äh, was, äh, Gold Head, meinst du Gold Head, weil damit bringt aber nichts. Müsste Sacred Heart nicht, äh, Sacred Heart gibt doch schon allein ein rotes Herz, oder nicht? Wenn man es aufsammelt. Das heißt, wenn man ein zweites aufsammelt, sollte man doch schon allein ein zweites Herz bekommen. Was natürlich, äh, gemessen an, äh, an Sacred Heart nicht viel ist, aber es ist auch nicht nichts. Ich sollte auch für meine Bomben zu verschwenden. Außer, ich habe eine 56-prozentige Planetarium-Chance. Wenn ich jetzt wieder keins bekomme auf der Ebene, dann bin ich ein bisschen erzürnt. Nicht sauer, aber erzürnt. Ja, aber das war es auch. Ich meine, es ist etwas. Ah, die können die ja rüber holen. Das habe ich, ich bin so erzürnt. Ich habe keine Ahnung, wo der Sacred Room ist. Das ist eine komische Ebene. Ich mag die gar nicht. Ich mag die Ebene nicht. Wir hatten die längste Zeit über 41, wir hatten für zwei Ebenen, na, warte, für mehr, wir hatten für drei Ebenen eine 41-prozentige Planetarium-Chance und für eine Ebene jetzt 56. Und wir haben keins bekommen. Ich habe den Sacred Room schon. Ich habe beide schon. Ah Gott, warum habe ich so viele Bomben verschwendet? So unaufmerksam. Gehen wir weiter. Man skippt eigentlich alle Goldträume, bis man eins findet. Nein. Üblicherweise, wenn man den ersten Goldraum skippt, hat man auch schon eine Chance, die hoch genug ist im Laufe des restlichen Runs. Das heißt, der zweite Skippen war für meine Maßstäbe, welche sehr realistisch sind, wie ihr wissen solltet. Erwartet sehr viel. Half up. Sehr schön. Äh. Sie sind beide so gut, dass es mir wirklich schwerfällt, mich zu entscheiden. Freezer. Okay. Nehmen wir den guten alten Freezer mit. Ich werde nie wieder volle rote Herzen kommen, wenn ich zu meinem PC unterwegs bin. Freezer war der beste Bösewicht, den Dragon Ball hervorgebracht hat. Er war nicht nur okay. Oh, ein Schlüssel. Gute Neuigkeiten. XL. Hey. Da ist ja unser kleiner roter Schlüssel. Da ist ein Tinted Rock. Für Neuigkeiten, ich habe ihn gefunden. King Piccolo war der Beste. Nah, Freezer hatte die ganze Hierarchie hinter sich. Mein King Piccolo war schwer in Ordnung, aber ich denke, er war kein Freezer. Oh, genau, den Goldraum hier habe ich. Warum ist das die XL-Ebene? Habe ich Goldräume in den Depths fit genommen? Soll es... Warten? Wir hatten doch keine XL-Defts, oder? Ich bin gerade so verwirrt. Daher muss ich selber drauf trampeln. Der Rom ist dumm. Ich mag Sal am meisten. Sal hatte 500 verschiedene Konzepte. Ich denke, ich werde noch zum anderen Goldraum gehen. Ich will nämlich... Ich glaube, ich sollte hier beide aus den Depths haben, aber ich will nicht das Risiko eingehen, einen zu übersehen. Deswegen schaue ich lieber zweimal nach. Hot Tag, aber Olog war der beste Böse. Das ist ein sehr hoter Tag, aber ich denke, seine... Oh, nein. Wollte gerade sagen, ich denke, seine Motive waren sehr nachvollziehbar. Hat der kleine Mädchen entführt? Warte, war das Erwachsene Frau? Ich glaube, es war ein kleines Mädchen, der entführt hat, oder? Oder verwechsel ich das gerade mit Dragon Ball GT? Wir wissen alle von seinem Unterwäschewunsch. Nein, nein, nein. Warte, ich dachte, es wäre nachvollziehbar. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, was sein Beweggrund war. Wir müssen erst mal noch weiter darüber nachdenken. Und wir müssen erst noch ein paar Fakten ranholen, bevor wir uns entscheiden. Ich glaube nicht, es war dieser eine Typ aus Dragon Ball GT, wo sich Trunks dann als Mädchen verkleidet hat, oder so. Aber Trunks kann sowas auch tragen, muss man fairerweise sagen. Ich mag es nicht, wie viel dieser Gegner gerade aushält. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich sollte eher mit der Feuerrate mal ein bisschen arbeiten. Gott! Wer hatte, soweit ich mich erinnere, sich gut um sie gekümmert, aber das hat er nichts Unanschleckiges gemacht und das macht nur mal eine ganz alte Erinnerung an. Wer meint, Ruhlung? Anyway, weiß ich nicht. Ich würde ihn allen nicht mehr trauen. Wir bräuchten übrigens langsam wirklich ein Item, das meinen Damage ein bisschen erhöht. Mit dem Crack Key bekomme ich Inner Child, welchen da einsetzt, wo man sonst die Tente-Charaktere bekommt. Und das ist eine Wiederbelebung. Zwar nur eine Wiederbelebung mit einem Herzen, aber man wird mit einem Herz wiederbelebt und zusätzlich ist man super winzig und kann nicht schaden, das mitzunehmen. Okay. Die Goldräume habe ich auch nicht ausgelassen. Gut! Gut, 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 gut. Ich weiß, dass ich ein HP brauche. Ich kann hier nicht mitnehmen. Das war eine schlechte Pille. Ja, das ist I'm excited. Das bringt mir nichts. Aus einem schlecht und müllig erfrischer Sap. Vielen lieben Dank. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Mein Adrenalin ist wahrscheinlich okay. Irgendwie. Ganz ehrlich, Strength größer als Key. Ich habe das Gefühl, Strength wird keinen Unterschied machen wegen der Boss-Armer. Oh mein Gott! Fuck. Aber ja, ich denke, mit der Boss-Armer wird, ähm, sich viel Unterschied machen. Wir haben, wir haben nicht ein einziges Damage abbekommen, außer die Krone. Die Krone ist, äh, so lange Damage ab, bis ich einmal getroffen werde. Also, auch nicht allzu lange, könnte man sagen. Haaah. Okay, das ist nur Downport 2. Das heißt, wir können mit dem, äh, Licht direkt abhauen. Geh weg! Jetzt ist die Gelegenheit, um, äh, Klop hier einzusetzen. Hoffen wir mal, dass hier was Gutes ist. Wahrscheinlich hätte ich Adrenalin, ähm, suchen sollen. Dann, dann dupen wir wohl, ähm, das Item aus der Kiste, das wir noch bekommen werden. Uh, ähm, Schwierig. Inner Child, dupen. Oh Gott. Ich glaube, das wäre auch keine gute Idee. Ich schätze, wir werden das eine Bossseite, was wir noch bekommen, dupen. Spiel ich heute noch Isaac? Nein. Warum? Inner Child, größeres Boss-Item. Hm. Ich werde drüber nachdenken. Wisst ihr was, wir werden, ich werde es davon abhängig machen, was wir aus der Kiste rausbekommen, okay? Ich denke, das ist ein fairer Kompromiss. Der Run war halt auch echt unglücklich. Ich glaube, wir haben auch nur ein, wir haben nur ein Angel Deal bekommen, obwohl ich immer genug Special Hearts hatte, um durchzukommen. Wir haben keinen Damage ab von den Bossen bekommen, keinen Planetarium, obwohl wir für die längsten Ebenen über 41% und mehr als Chance hatten. Und dann zum dupen in den Goldräumen war auch nur scheiße. Ich würde sagen, das ist, das ist sehr unglücklich gelaufen, soweit. Ist die Trinket-Info in der Mod? Ja, das sind die External Item Descriptions. Dann bekommt man eine kleine Erklärung dazu, was Items und Trinkets machen. Was ziemlich hilfreich ist. Ich hatte viele Schlüsse, das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall nicht leugnen in diesem Run. schiere Schlüsselmenge war gewaltig. Okay, pass auf. Wenn ich den jetzt dupen würde, zählt er als zwei Guppi-Items. Ja, nein. Sollte, ja, ja. Leute sind sich nicht sicher. Finden wir es heraus. Wir haben Guppi's Head bereits aufgehoben. Okay. Guppi ist natürlich lange nicht mehr so stark, wie es früher der Fall war, aber jetzt könnt ihr den Run durchaus ein bisschen retten. Vor allem, wenn wir eine sehr hohe Feuerrate haben. Und also Titter Drop. ich denke, ich denke, ähm, Gappi war, äh, wichtig für diesen Run. Wichtig. Lass mich noch die Ebene machen, bevor ich hier weitergehe. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Nein! Mein Soulard! Ich wollte vielleicht auch einen Soulard oder so finden. Und dann, warum habe ich die Windel mitgenommen? Okay, das ist echt nicht so stark. Wie kann, äh, wie kann sein, dass hier so viele Runs gelingen? Ich habe eine Streak von circa minus 60 und, äh, mich an der Fond ist geresettet. Ich habe langsam keine Lust mehr auf Repentance. Aber es gab bei mir auch, äh, vor allem zu Beginn, zum einen, viele Leute würden, äh, sehr viel Wert darauf legen, anzumerken, dass ich in der Tat nicht gut bin, wenn ich gut spiele. Zum anderen, auf jeden Fall nicht, wie viel Schein ich hatte genommen. Ähm, ich hätte Repentance, als es rauskam, auch sehr viele, äh, Streams, wo ich einfach für super, äh, super lange Zeit einfach nichts geschafft habe. Es kam mir öfter vor, dass ich für, äh, zehn Stunden oder so nicht einen einzigen Run geschafft habe. Repentance ist halt echt schwer. Ähm, ich gehe mal weiter. Wie viel ich das Spiel, äh, früher gespielt habe, spielt halt, äh, halt als Repentance rauskam, auch nicht wirklich die größte Rolle gespielt. An dem Punkt hatte ich es ja auch schon sehr lange nicht mehr gespielt und generell die meisten Content aus, äh, Aftermath Plus habe ich auch nicht gemacht. Der Trick ist auf easy zu spielen. Du meinst auf normal. Oh, cool. Mom's Underwear. Ja, ja, Repentance ist auf jeden Fall der beste Isaac-Content, den es, äh, gab für dieses Spiel. Gut, ich habe echt nicht viele, äh, ich habe echt nicht viele Items bekommen. Es ist ohne Frage, wo war überhaupt deine Full-Karte in diesen Rückwärts-Ebenen? Zum Licht oder zum, äh, Post-Arena, in der man startet? Sag mal, Spawn nicht überhaupt fliegen? Ich spawn fliegen, nur wenn ich, äh, oh Gott, die Peitsche einsetze, wie es aussieht. Gott, ich werde sterben. Oh mein fucking Gott, ich bin so tot. Äh. Oh, da ist der Beyblade. Sieht übel aus, aber wir können sich noch gewinnen. Ich habe mich gerade erinnert, dass wir noch die Raketen haben. Äh, okay. Wir sind wieder geheilt. Oh, ich habe nicht getroffen. Ich frage mich, ob das Range-Up sich auf die, äh, Länge der, äh, Bauchnabelschnur, äh, auswirkt. Oh, oh. Okay. So weit, so gut. Das ist ziemlich akzeptabler Damage, können wir mal darüber reden. Auch wenn ich mir doch sehr wünschen würde, dass, äh, vielleicht die, ähm, äh, dass die Fliegen vielleicht angreifen und wieder, aber das ist okay. Ich habe auch keine Lust anzugreifen. Habe ich nicht Stopwatch mitgenommen in diesem Run? Fällt mir gerade auf. Ist die Stopwatch aktiv? Ja, habe ich. Ist sie aktiv? Sollte, oder? Ja, das sollte auf jeden Fall Stopwatch sein. Oh, oh. Ich habe den heiligen Mantel verloren. Außerdem danke, äh, Ice Baby. Nein! Das sind ein Kirst manchmal. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Immerhin kann ich hier relativ gut ausweichen, soweit. Dadurch, dass ich einfach winzig bin. ein Winzling. Schauen. Okay. Soweit zu gut. Das Gefühl, dass ich die Hälfte an Damage eingebüßt habe, hat absolut nichts geändert. Ich möchte doch anmerken, dass mein Damage gegen den Biest, äh, extrem schlecht ist. Oh, es geht los. Oh, oh. Was? Oh, er ist eingefroren kurz. Das war ein bisschen, äh, uncool. Muss ich ehrlich gestehen. Okay. Nein! Ich dachte, der taucht unter. Oh, mein Gott, ich mache so wenig Schaden. Wollte mich verarschen. Wie kann das so wenig Schaden sein? Also, ernsthaft. Fuck, das Teil kann runterfallen. Oh nein, jetzt kommen mir wirklich Angriffe, die ich nicht kenne. Okay, kann Feuer spucken. Oh, oh. Okay. Okay. Ja, ja. Weiß nicht, ob ich diese Angriffe jemals gesehen habe. Es dauert auf jeden Fall Jahre, bis, äh, der Eingriff aufhört. Noch ein paar Feuerkukeln. Okay. Endspurt. Einmal The Beast richtig kennengelernt. Ne, ich habe die Stopwatch, also zählt das als richtig kennengelernt. Fuck! 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 Nein! Oh Gott! Spiel, hör auf! Ich will keinen spannenden Kampf. Lass mich einfach gewinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, meine Hand tut so weh. Puh! Okay. 3,5 Damage, The Beast. Oh mein Gott. Alle deine Beast-Kämpfe sind immer ein Krampf. Das stimmt überhaupt nicht. Also, wir haben es geschafft. Puh! Wie ist es so einfach im Vergleich zu Mother? Yeah, aber ist das Zeug vor The Beast, was üblicherweise ja zum Problem ist. Äh, zum Problem wird. Das ist jetzt ein HERO- so. Und das ist so, das ist ein Schatz, Das ist so, das ist so. Das ist so,